Armpattern, Flexion, Adoption, Außenrotation, Timing for Emphasis, genau. Du spannst dich ein bisschen dagegen, jawohl. Ne, Endbogen nicht ganz weit, genau. Gut, und führe hier Finger zusammen. Und wieder nach, und zusammen, und zusammen, und zusammen, okay? Mittelfinger da oben, und zusammen, und zusammen, und zusammen, und noch, so, und zusammen. Zieh, und zieh zusammen, aber zieh zusammen, okay? Na, zu viele Finger. So, kleiner Finger down. Na, warte. Zieh zusammen, zieh, und zieh. Einmal noch, erbeut, und locker lassen.